Aber das ist nicht meine Schuld. Nicht mein Problem. Ich weiß, das habe ich ja selbst gewählt. Wenn man schon von Anfang an auf 50 Stärke geht. Kann man halt auch nicht sagen. Das ist es ja. Das ist wie bei meinem Mage. Im Forrest immer noch rumrennen, aber dafür ist ja 40 Intelligenz haben. Ja. Du bist schon bei der Bonn-Feier. Ja. Die Welt wird von dem Bodenschütze plattgemacht. Mal den Ring schnell anziehen. Bist du schon da? Ja. Na, ich sehe das eigentlich. Nicht? Wo hast du es hier gesetzt? Es ist hinten an der Wand. Aha. Da will ich mich jetzt irgendwie nicht ans Bonn-Feier sitzen. Sonst kommen die zwei Dudes wieder. Ich gehe mal aus dem Raum raus. Jetzt habe ich es. Ich habe meine Zellen da rein. Hast du schon gemacht? Nein. Nein. Oh, das war eine Explosion. Zeige ich welche Zellen. Einfach die Zellen da hinten drin. Alle von denen? Ja, in jeder sitzt einer, glaube ich. In alle, wo du nicht nahe gehen kannst. Ja, ich glaube schon. Nein. Ich habe da gerade nichts gesehen. Achso, du meinst die Viecher? Ja. Ja. Das ist ein Cleric. Den brauchen wir aber nicht. Den brauchen wir auch nicht. Das ist jetzt nur das bisschen, was wir machen wollen. Bist du schon wieder unten? Ja, ich mache gerade die 200 nicht. Dann droppe ich halt hier nur noch schnell. Tu mir die Seele. Was hast du jetzt zerstört? So ein Turm? Ja. Auf dem Turm steht da noch jemand. Wie kommt es, dass der nicht kommt? Weil er jetzt kommt. Und wieder voll abprallt an dem Schild. Ja. Bingo. Oh, eine Glitzerne. Wie frappe ich denn jetzt? Auch eine. Was ist da nochmal, wo es normalerweise die Estus Flaske hat? Was ist das gleiche? Du hast nicht das versteckte Ding da. Du hast einen Hund übersehen. Was ist das gleiche? Es geht auch raus. Hast du dagegen gerade geschlafen? Nee. Der bei mir ist im Sitz nicht explodiert schon. Der ist noch nicht mehr aufgestanden. Aha. Weil ich weiß, von hinten ist es gerade explodiert. Weil ich weiß, von hinten ist es gerade explodiert. Das war dumm von dir. Einfach runterholen. Jetzt gehst du weg. Hast du Feuerbreite? Ja. Dann lass es knallen da drin. Dann packst du den anderen erst mal. Ich will aber nicht gebackstabbern. Dann mach ihn doch so kaputt. Schon klar, dass es den jetzt nicht nach unten geknallt hat. Was war das nochmal was hier drin war? Das ist das Vieh, die gekoren hat. Das ist das Vieh, der gekohnt hat. Was er nur bis denn aufsteht. Jetzt kann ich mit dir gehen. ja er kann sie machen ja hier hat so verschiedene items unter anderem waffen dann glaube ich war das hier noch der parry dagger ja da ist er der parry dagger ja mit ihm kannst du parieren öffnet sich da nur noch ein so ein ding ich glaube das andere ist schon offen da sollte man sich mal das bonfire schon mal holen ich hab's nicht geholt da dann soll ich es auslassen oder ja mach's lieber wollen wir dann den präsur da unten machen vom bellthauer oder wie ja mach mal das tor einfach auf mach ich sonst normalerweise nie auf aber was soll's aber leveln wir erstmal hoch ich habe wieder 19.000 zählen ich hatte 40.000 na du hast ja gleich nach dem boss gemacht oder du hast ja alle die gleiche runde plus boss ja und jetzt bei dir noch ja wo ist er nicht da ist er ja es hat mit einem level gereicht dann machen wir ausdauer erstmal höher dass man auch hier schön schlagen kann und das noch oft ich kann auch letztlich zum nächsten bonfire dann machen ja lass uns erstmal den genau aber da unten dran machen hast du den ring schon an ne noch nicht ich mach gerade ein präsur schon von dem her auch guck mal der kommt nicht an einer ollen kiste vorbei oder einem ollen explosiv fass es ist eine eisen kiste unten drin ich glaube ja und bei der attacke immer hinten dran sein ist ja kein problem mit so einer waffe wie der broschur finde ich so jetzt habe ich die priesterglocke da brauchst du wohl hilfe gegen den im moment nicht aber du kannst mich dann holen wenn du willst ne ist erledigt da willst du aber nicht bei soll man nicht zusammen da durchmachen oder lieber wieder allein können zusammen durchmachen ok dann setze ich mich schon mal und setz mal sein ok dann setze ich mich schon mal und setz mal sein das ging aber schnell ja mal geht schnell mal warte mal kurz ich schreibe gerade noch mit karl so jetzt kann man weiter gehen nicht öffnen destroyen man wie so langweilig ich warte mal auf den hier smack weg ist er gibt es hier sonst keinen nein anscheinend nicht ich gehe mal oben entlang mach das soll sitzt da immer noch da ja nein da sitzt nochmal ein zweiter da drüben rennte der floh hm da kann ich vielleicht mal wo sind die eigentlich das weiß ich nicht vielleicht schon runtergift ich meine die gabe heute jetzt will man eigentlich nur ein floh zu gucken kommt der oben da ja das heißt ich sage mir aber das heißt warte mal so das ist wir